Wir wussten vorher, dass es für uns ein schweres Spiel wird, aber sehr wichtig ist. Es sind diese Spiele, die wir haben zu gewinnen, gegen das Team, die wir haben zu kämpfen, um den Kontrakt für Serie A zu gewinnen. Das war ein sehr wichtiges Spiel für uns und wir sind sehr froh, dass wir mit drei Punkten gehen können. Ich bin sehr froh, wie Sie sagen, ich habe vorhin einen Ball gewonnen, aber das ist das erste Ball für das Jahr. Ich hoffe, dass ich noch mehr Ball gewonnen kann. Das ist für meine Freundin, meine Familie und meine Freunde. Nein, das war mehr einfach. Trotta hat mir einen perfekten Ball gewonnen. Ich konnte es einfach nur in den Ball. Genau, jetzt sind wir im Spiel. Jetzt haben wir eine gewisse Spiel. Das Spiel und das Spiel gegen Inter gemacht, haben wir zwei gute Ergebnisse gemacht. Ich denke, wir haben etwas, was wir tun können. Wir haben einen guten Spiel und einen guten Plan für, wie wir spielen. Natürlich, die Punkte sind die wichtigsten. Tre Punkte heute Abend ist ein tolles Tag. Okay. 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 довольно gut. Tänym Beschiffig ebenso ... ... Vielen Dank.